Als nächstes steht jetzt da im Programm das Stück OK Amama Mia, das hat in irgendeiner Recherche eine ganz alte Melodie. Jetzt steht auch nicht der Komponist da, aber auch eine Recherche, steht da am Zettel und steht auch da. Und wir werden jetzt gleich hören, was sich da hinter diesem Titel verbirgt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020